Lege Distanz ohne einen Hängegleiter und ohne freien Fall zurück, während du in der Luft bist, also insgesamt müsst ihr 1000 Meter zurücklegen. Also ab der zweiten Sturmphase wird euch Iron Man's Helm auf der Karte angezeigt, geht zu Iron Man's Helm hin, also den rot-goldenen, geht dann hier in seinen Waffenbunker hin, schnappt euch dann jetzt hier Iron Man's Flug-Equipment, fliegt jetzt los, insgesamt müsst ihr jetzt noch 1000 Meter zurücklegen mit dem Flug-Equipment, und dann habt ihr die Ausgabe an Lady.